1984 von George Orwell ist ein dystopischer Roman, der 1949 veröffentlicht wurde und in einer totalitären Gesellschaft namens Ozeanien spielt. Die Geschichte folgt dem Protagonisten Winston Smith, der als Angestellter des Ministeriums für Wahrheit arbeitet und mit den Restriktionen und Überwachungen der Regierung unzufrieden ist. In Ozeanien gibt es nur eine Partei, die von Big Brother geführt wird und die absolute Kontrolle über das Leben der Menschen hat. Die Überwachung ist allgegenwärtig und die Partei kontrolliert nicht nur die Informationen, die die Menschen erhalten, sondern auch ihre Gedanken und Handlungen. Winston beginnt eine geheime Affäre mit einer Frau namens Julia, die ebenfalls unzufrieden mit der Gesellschaft ist. Sie treffen sich heimlich und verlieben sich ineinander. Sie glauben, dass es eine Oppositionsgruppe gibt, die als die Bruderschaft bekannt ist und gegen die Regierung kämpft. Winston schließt sich der Bruderschaft an und beginnt, an einer Verschwörung gegen die Partei teilzunehmen. Das Paar wird jedoch von der Regierung gefangen genommen und brutal gefoltert, um ihre Loyalität gegenüber dem Staat zu erzwingen. Winston wird einer Gehirnwäsche unterzogen, die ihn schließlich dazu bringt, seine Liebe zu Julia zu verraten und zu akzeptieren, dass der Staat Recht hat. Zurück in der Gesellschaft lernt er, wie man die Partei lobt und den großen Bruder verehrt. Der Roman endet mit Winstons Anerkennung der Autorität des Staates und seiner Einsicht, dass es keine Möglichkeit gibt, der Unterdrückung zu entkommen. Er erkennt, dass er selbst durchgängig kontrolliert und niemals wirklich frei sein wird. 1984 ist eine fesselnde und erschreckende Erzählung über die Macht der Regierung und die Bedeutung von Freiheit und Individualität. Es gilt als Klassiker der dystopischen Literatur und hat bis heute einen großen Einfluss auf die moderne Kultur und Politik. Der Roman war und ist immer noch eine Warnung vor der Gefahr von totalitärer Regierungskontrolle und Überwachung.